Schöne Grüße noch mal aus Las Vegas. Ich stehe jetzt hier in meinem Tuscany Hotel. Wenn ihr einen Leihwagen habt oder so, ich würde dann hier parken, weil das ist kostenlos. Zu Fuß zum Strip braucht ihr ungefähr 15 bis 20 Minuten. Aber jetzt wollte ich euch einmal erst die Zimmer zeigen. Kommt einfach mal mit. So, unser Hotelzimmer. So, das ist unser Zimmer. Hier haben wir eine kleine Küche, Kaffeemaschine, Kaffee, Kühlschrank, alles was man so braucht. So, zwei Queens Betten, kleiner Kleiderschrank. So, und dann hat man hier noch das Badezimmer. Badewanne. Kleine Toilette. Dusche. Dusche. Die Resort Fee kostet pro Tag 32 Dollar. Parken ist kostenlos. Das einzige Makel ist hier, ihr habt für eure Laptops oder Handys ein bisschen Adapter haben, weil es gibt hier nur Standardstecker. wie hier. Wie hier. Also das solltet ihr euch schon mal besorgen. Sonst könnt ihr eure Geräte leider nicht aufladen. So, der Raum ist circa, ich denke mal so 50, 55 Quadratmeter groß. So, wenn ihr nach Las Vegas kommt, dann habt viel Spaß hier. Ich wünsch' euch was. Ciao. Ciao.